Eigentlich war es geheim, doch dann brach Amira Pocher ihr Schweigen zu einer Affäre während ihrer Let's Dance-Zeit. Let's Dance gilt als wahre Pärchenschmiede. Dass Tanzprofis der Show mit Promi-Kandidat innen anbändeln, ist keine Seltenheit. So verliebten sich 2020 beispielsweise Luca Henni und Christina Luft ineinander. Die beiden sind mittlerweile sogar verheiratet. Und sie heißt jetzt offiziell Christina Henni. Auch Massimo Sinato und Rebecca Mir lernten sich bei Let's Dance kennen und lieben. Haben heute ein gemeinsames Kind. Let's Dance, Eckart und Timon Krause waren nicht das einzige geheime Liebespar. Auch 2023 sollen in der 16. Staffel der RTL-Show wieder zwei zueinander gefunden haben. Gemeint sind natürlich Tänzerin Ekaterina Leonova und Mentalist Timon Krause. Bestätigt wurden die Liebesgerüchte um die beiden offiziell nie, ganz davon zu schweigen, dass es mittlerweile zur Trennung gekommen sein soll. Doch Paparazzi-Fotos aus Köln zeigten die beiden vor einigen Monaten eng umschlungen. Auch Fotos von Timon Krause vor Eckarts Wohnung wurden später veröffentlicht. Zwei. Die wissen, was genau hinter den Let's Dance-Kulissen vor sich geht, sind Oliver Pocher und noch Ehefrau Amira Pocher. Immerhin nahmen beide bereits an der Sendung teil. Aktuell steht das Duo wegen ihrer Trennung in den Schlagzeilen. Doch ihren Podcast, die Pochers, wollen sie weiterhin zusammen aufnehmen. Und dort plauderten die beiden im Sommer aus dem Nähkästchen. Dort gibt das ehemalige Liebespar regelmäßig neues Preis. So sprachen sie beispielsweise schon vor ihrer Trennung darüber, wer Oliver Pochers nächste Freundin sein könnte, beziehungsweise dass diese laut Amira vermutlich deutlich jünger sein wird, als der Comedian. Aktuell hoffen Fans darauf, dass die Pochers in ihrem Podcast thematisieren, ob Amira Pocher einen neuen Freund hat. Doch zurück zu Let's Dance und dem in Podcast ausgeplauderten Geheimnis. Es sei ja schon ein Running-Geg, dass alle Frauen Panik kriegen, wenn ihre Männer zu Let's Dance gehen und Eckart an ihre Seite bekommen. Scherzte Amira zunächst über die Gerüchte um Timon Krause und Ekaterina Leonova. Doch auch darüber hinaus gehe es bei Let's Dance wild zu, so die Pochers. Du weißt doch, wie es ist. Wir waren beide da. Weder du noch ich haben in diesem legendären Hotel geschlafen. Wo alle immer untergebracht sind, die anreisen. Ich kann nur sagen, wenn diese Wände sprechen könnten, dann hätten die einige Geschichten zu erzählen. Das ist Fakt. Amira Pocher und Oliver Pocher behaupten. Im Let's Dance Hotel gibt es viel Sex und viele Partys. Amira Pocher wurde bei ihrer Schilderung damals noch ein wenig konkreter. Natürlich gibt es da ein bisschen Spaß und die feiern auch immer nach den Shows. Das ist auch super. Es kann sich jeder ausleben, wie er will. Aber es ist klar, wenn man so eng zusammen ist und dann auch noch feiert und Alkohol fließt, dass man sich einfach näher kommt. Oliver Pocher betont. Die Liebesgerüchte über Let's Dance seien häufig keinesfalls an den Haaren herbeigezogen. Das eine oder andere sei in der Regel tatsächlich wahr. Dann ließ Amira Pocher die Bombe platzen, verriet, dass es noch ein Let's Dance Liebespar gab, von dem bis heute niemand weiß. Ja, da haben sich schon einige Leute gefunden, was auch so nicht rauskam, so die Behauptung der 31-Jährigen. Dann wurde sie noch deutlicher. Da gibt es auch noch ein Paar, das nicht bekannt ist. Um wen es sich dabei handelt, verriet die Pocher-Gattin aber leider nicht. Bei den Pochers führte Let's Dance nicht zum Ehe aus. Dass Amira Pocher selbst in die Sache verwickelt war, darf ausgeschlossen werden. Andernfalls hätte sie wohl, vor allem im Lichte ihrer damals schon andauernden Ehekrise mit Oli, nicht darüber gesprochen. Überhaupt dürfte die Trennung von Amira und Oliver Pocher nichts mit der RTL-Tanzshow zu tun haben, immerhin zeigten sie sich damals noch als glückliches Paar. Oliver Pocher kam oft zu den Shows, feuerte Amira an und fieberte mit. Heute steht der Comedian nach eigener Aussage alleine da. Anlässlich Amiras Geburtstag am 28. September veröffentlichte er ein bewegendes Trennungsstegment, in dem er als Grund für das Ehe aus die eigene Unfähigkeit nannte, Amira glücklich zu machen. Was Pocher noch in dem rührenden Insta-Post verraten hat, liest du mit Klick auf den unterlegten Link größer als größer als größer als.